Hi, ich bin der Jonas und ich bin hier heute mit meinem Mate, Mats, und wir spielen für die Plänen Ducks. Und wir sind heute eingeladen für das Format Wingman. Ja, dann herzlich willkommen. Seid ihr beide ready? Ja, auf jeden Fall. Okay. Wer ist der Fleißigere von euch beiden? Ja. Ja, drei, zwei, eins. Okay, erster Punkt. Ganz klar, ganz klar. Wer ist eher die Nachteule? Ja, drei, zwei, eins. Er ist immer um zwei, zwei, drei, zwei, drei, zwei. Das ist auch klar, ich muss arbeiten. Sorry. Wer braucht länger im Bad? Boah. Okay, ich hab's auch. Drei, zwei, eins. Nein! Nein! Scheiße! Okay. Lebe du mal safe. Also von den Haaren her würde ich jetzt Jonas sagen, aber das ist wahrscheinlich wie bei mir, da geht man duschen, trocknet sich die Haare und dann ist es vorbei. Und vorbei, ja. Scheiße, sieht's gleich aus. Wer ist besser in den Pistol-Runden? Musst du mal Jute kaufen. Ja, dann haben wir unsere Antwort. Hey, was soll ich denn bitte? Eins, zwei, eins, go. Er darf immer Kepler kaufen. Das hat ja aber nichts mit dem Pistol-Aim zu tun. Okay. Wer hat die gefährlichere Diegel? Ich bin ready. Ich bin ready. Drei, zwei, eins, go. Mach noch. Wer ist ruhiger auf dem Server? Ich bin ready. Drei, zwei, eins, go. Ja, okay, ja. Dass wir Thomas spielen müssen. Wer zickt schneller? Ey. Warte. Ich hab gerade hier irgendwas gedrückt. Drei, zwei, eins, ready. Ja, das ist echt. Tausend Prozent, tausend Prozent. Okay. Wer flamed schneller? Boah, das ist schwierig. Auch ready? Ja, ich bin ready. Drei, zwei, eins, go. Ja. Ja. Aber es war schwierig. Okay. Es war schwierig, ja. Um euch mal ein bisschen Wind aus den Serien zu nehmen, mach ich mal das. Drei, zwei, eins, ready. Sonst ist mir das ein bisschen zu gefährlich, dass ihr stehen bleibt auf dem Namen. Wer macht mehr Aim-Training? Ja. Drei, zwei, eins. Nächster Punkt. Wer ist mehr auf TikTok unterwegs? Ready. Drei, zwei, eins. Ich hab kein TikTok, aber Ejo das auch nicht. Ich hab auch keins. Wer ist im Prag öfter nicht anwesend oder am Handy? Ich bin ready. Drei, zwei, eins. Okay. Du bist im Handy? Nein, ich bin dabei. Ich hab wireless headset. Ich bin die ganze Zeit weg. Ich glaube, ich hochgehe. Okay. Nachricht an den IGL. Wer ist der schlechtere Verlierer? Boah. Boah. Boah, das ist schwierig. Ich glaube, ich hab's. Drei, zwei, eins. Ja. Okay. Guten alten IGL-Zeiten. Ja. Wer baitet mehr? Ja. Ich hab's. Ja. Drei, zwei, eins. Ja, ich hab's. Wer ist der bessere Aimer? Bin ready. Auch ready. Drei, zwei, eins. Wer ist der bessere Brainer? Bin ready. Ich bin ready. Drei, zwei, eins. Okay, super. Wir sind so auf einer Fälsch. Okay. Ja, wie viele Punkte ihr habt, weiß ich nicht, weil ich bin zuvor zum 10. Also haben wir nicht gegeneinander gespielt, sondern miteinander gewonnen. Wir haben gegen Thomas und so gespielt. Ah. Ihr spielt gegen andere Du's und das du das meisten Punkte. Wir haben gegen andere Du's gespielt. Wenn ihr, wenn ihr, also quasi das Du, was am meisten Punkte hat von den 15 Fragen, also welches am meisten richtig hat, kriegt dann zweimal einen 10-Euro-Gutschein für Skinderung. Ja, okay. Das hättest du vorher gesagt. Nein, nein, nein. Das wird erst im Nachhinein getroppt. Okay. Ja, nice. Aber ich glaube, wir haben uns gut geschlagen, Mats. Bin ich ehrlich. Ich glaube, wir sind da gut dabei. Ich enthalte mich da. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Worte an die Szene? Irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Wollt ihr euch jemanden grüßen? Ja, passt auf eure Skinscrafts auf und ich grüße Tweem. Ich liebe Grüße an Tweem und... Madriller. Madriller.